Melanie, was hast du am 10. Februar 2005 gemacht? Also, da war ich 14. Kannst du mir den Wochentag sagen? Nee, ich habe nicht mit Gegenfrage gerechnet. So funktioniert das nicht. Okay, also ich gehe davon aus, dass ich in der Schule war. Es war unter der Woche. Ich glaube, so viel kann ich sagen. Okay, also Schule, nach Hause kommen, MTV und ICQ. Guck mal, MTV, was für ein gutes Stichwort. ICQ auch. Ich habe direkt Flashbacks an alle möglichen Geräusche und möchte gerade sehr dringend Super Lula spielen. Falls da noch jemand findet, ICQ gibt es leider nicht mehr. Ich kann dir ziemlich sicher sagen, was ich auf jeden Fall gemacht habe. Ich habe nämlich auch MTV geschaut. Und zwar am 10. Februar 2005 hatte er eine Videopremiere. Und zwar das Urteil von Kul Savas. Oh, wow. Ja. Habe ich diese Woche unter der Dusche gerappt. Guck mal, du gewinnst erst mal direkt den Coolness Award. Nicht gut gerappt, aber gerappt. Ich habe diese Woche auch geduscht. Also so viel Transparenz, das muss sein. Ja, mehrmals. Aber nicht das Urteil gerappt, wenngleich ich mal eine Phase hatte, in der ich relativ, relativ textsicher war. Ich erwähne das nur, weil wir ja, also wir, das ist jetzt das Deutschland-Wir, dieses ganz Furchtbare. Wir hatten ja unseren großen Rap-Beef-Moment vor fast ziemlich genau 20 Jahren. Wir erinnern uns ja alle noch an dieses altehrwürdige Battle zwischen Echo Fresh, dem C-Zone ja eigentlich von Kul Savas. Echo hat so ein bisschen die Muskeln spielen lassen und Kul Savas hat dann Echo Fresh sich selbst ja quasi beerdigen lassen. In diesem, also es war ja gleichzeitig ein total billig wirkendes Video, aber gleichzeitig fand ich es auch wahnsinnig cool. Und es hatte so eine Drastik und so eine Ernsthaftigkeit. Und das habe ich im Deutschrap ehrlich gesagt so noch nicht so wirklich wahrgenommen. Ich war ja auch nicht viel älter als du. Ich war 16 zu dem Zeitpunkt. Und ja, daran musste ich sehr viel denken, als ich über diesen, vielleicht habt ihr es mitbekommen, auch ihr da draußen, Rap-Beef zwischen Kendrick Lamar und Drake. Also, dass ich währenddessen dann darüber nachgedacht habe. Aber ich muss da mal kurz zurückkommen. Hast du das noch so ein bisschen in Erinnerung, diese ganze Geschichte, diese Zeit damals? Definitiv, ja, mega. Also, ich kann auch wirklich sagen, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich rede, glaube ich, mindestens, also ich sage mal einmal im Quartal mit meinem Freund darüber, wie krass dieser Song war. Ja, weil das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich das mitbekommen habe, wie jemand musikalisch einfach komplett beerdigt wurde. Ja, buchstäblich, ne? Wirklich. Und ich habe, also ich höre den Song tatsächlich immer noch relativ regelmäßig und ich finde den immer noch so wahnsinnig gut, weil er einfach so ehrlich ist und du hörst einfach diesen Hass aus jeder Zeile und es steigert sich ja immer mehr, bis es halt so explodiert am Ende. Also, ich bin ein Riesenfan von dem Song. Jetzt ist er ja fast 50 Jahre, wenn das jetzt schon 20 Jahre her ist, aber wo ist jetzt der Diss? Ich peil's nicht mal. Also, es ist einfach, ich glaube, das ist deutsche Popkultur par excellence. Das ist so, so ein großer Song. Ja, das war, also der Song war vorher draußen, glaube ich, aber es war die Videopremiere auf jeden Fall und zwar 16 Uhr, MTV THL. Man muss ja sagen, dass MTV THL so ein ganz stranges Unterhaltungsmonopol quasi so im Nachmittagsslot hatte. Also, wenn man nicht gerade bei Viva Plus für seinen Lieblingsclip angerufen hat, hat man halt MTV THL geschaut, um zu gucken, was der damals seitengescheitelte Joko Winterscheid in seinem Polohemd oder Anastasia da für Musik vorgestellt hat und ich habe THL ohne Ende geguckt damals und ja, da gab es die Premiere, natürlich da, wo sonst, von das Urteil und ja, ich fand das schon ziemlich, ziemlich crazy auf jeden Fall, ja. Ja, extrem, voll. So, und jetzt fast 20 Jahre später, die USA oder der US-Rap hat sich gedacht, Mensch, wir sind so neidisch auf das, was die Deutschen hatten vor 20 Jahren. Können wir das nicht auch? Jetzt haben sie auch ihren Savas. Genau. Dann haben sich Kendrick Lamar und Drake gedacht, ey, Brudi, das kriegen wir auch hin. Lass uns das doch mal machen. Nein, wir haben, glaube ich, ich finde, wir haben in diesem Jahr, ich glaube, so popkulturell eines der, ja, größten Themen überhaupt war, eben dieser unsagbar spektakuläre, ich finde aber auch zugleich relativ deprimierende Beef zwischen den beiden. Ich habe da so zwei Meinungen zu. Also die eine Meinung bezieht sich auf den Ausgang dieses Beefs, die finde ich relativ, finde ich relativ deutlich. Ich glaube, da geht es den meisten so. Und die andere bezieht sich so ein bisschen auf den Beef selber und das, was das irgendwie aussagt und wie weit das letzten Endes ging. Jetzt kann man natürlich sagen, es hat auch schon andere Beefs gegeben. Da war der Bodycount am Ende ein bisschen höher. Und ich spreche jetzt hier von der 90er-Jahre-Bedeutung des Wortes Bodycount, nicht von der heutigen Bedeutung. Wenn wir zum Beispiel an, ja, ich meine, also ich war zwar irgendwie sechs, sieben Jahre alt, aber ich habe trotzdem mitbekommen, dass East Coast, West Coast damals ein großes Ding war, Tupac Biggie, die dann ja auch beide in relativ kurzer Zeit voneinander dann erschossen wurden. Was ich dafür gar nicht so mitbekommen habe, war Jay-Z Naas, muss ich ehrlich gesagt gestehen, weil ich da vielleicht dann auch teilweise nicht so krass textlicher war in den sehr jungen Jahren. Wie ist das bei dir? Was waren denn so diese ersten großen Rappys, die du so mitbekommen hast? Kann ja auch in Deutschland sein. Also das war, ja, also das war bei mir tatsächlich Jay-Z Naas, aber nicht, weil ich so textsicher war, sondern ich glaube, das war dann eher so über halt die Printmedien, die man konsumiert hat, wo dann drin stand, die mögen sich nicht. Und das war dann so ein bisschen, man muss sich quasi entscheiden. Und ich mochte Naas immer mehr, deswegen mochte ich dann Jay-Z irgendwie erst mal nicht, was natürlich irgendwie gar keine argumentative Basis hatte, außer dass halt irgendwie Naas den nicht mochte. Also auf dem Level lief das für mich. Und Tupac Biggie habe ich überhaupt nicht mitbekommen, dafür war ich zu klein. Und dann erst später halt dieses East Coast, West Coast Ding, das natürlich, ich glaube, das ist halt einfach, das hat überdauert, aber auf abgeschwächter Ebene irgendwann. Aber trotzdem, Savas gegen Echo war für uns und mich auch dann, also ich und meine, ich sage mal, Klicke, Peer Group oder so, war das noch mal eine Ebene krasser, weil das irgendwie nachvollziehbarer war, eben weil man dann die Texte komplett verstanden hat und man auch die ganze Geschichte ja auch verstanden hat. Und das nicht irgendwie auf der anderen Seite vom großen Teich ist so quasi und mit dem Leben hat man ja nichts gemeint. Das ist dann irgendwie viel weniger greifbar erst mal, als jetzt dann die zwei, die sich da irgendwie in Köln-Kalk oder so treffen und streiten. Also genau, das war dann für mich, glaube ich, schon der größte Beef, so rein von dem Impact, wie man am Fernseher hing oder so, oder das dann nachverfolgt hat, was dann als nächstes passiert. Ja, und du hattest natürlich auch, du hattest ja auch wirklich eine sehr gute Storyline. Also wenn sich der Schüler seinem Meister entgegenstellt und sagt so, nee, jetzt habe ich aber die größeren Hoden als du, dann ist das natürlich ja erst mal buchstäblich eine Ansage. Wenngleich sich das vielleicht so ein bisschen auch als Schuss in den Ofen herausgestellt hat. Aber ich glaube, mittlerweile sind ja beide so einigermaßen altersmilde. Ich glaube ja, gerade Kurt Savage, den halte ich mittlerweile auch für jemanden, der gerne mal einen Tee trinkt abends oder so. Ich glaube, die sind sicher und hat nicht auch Savage irgendwie, nee, umgekehrt, hat Savage nicht eine Biografie rausgehabt und Echo hat da irgendwie was drüber reingeschrieben oder was umgekehrt? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich glaube, dass das Thema auf jeden Fall abgehakt ist. Also auch Echo ist ja rehabilitiert. Also ich glaube, Echo ist halt nie auf einem Savage-Level dann geblieben. Echo Fresh hat auf der Gamescom aufgetreten. Das muss die Kurt Savage nie. Ja, genau. Also, ja, ich meine, das ist ja auch dann eine Frage, wovon man da redet, von welcher Ebene. Also viel höher als Savage wird es ja im deutschen Rap auch einfach nicht. Ich glaube, da kann Echo dann mit der zweiten, dritten Stufe irgendwie ganz gut leben, weil einen Legenden-Status hat er ja irgendwie trotzdem, hat er dann auch seinen relevanten Teil da in diesem Battle irgendwie gespielt, auch wenn das vielleicht nicht gerade die positive Seite war, die er dann besetzt hat. Ja. Und da war das Ding aber auch relativ schnell wieder vorbei. Und wenn du jetzt schon von höchstem Level sprichst, also ich glaube, ein höheres Level als Kendrick Lamar gibt es ja musikalisch vielleicht nicht einmal, aber im Rap oder Klammer auf US, Klammer zu Rap sowieso nicht. Und wir können vielleicht so eine ganz grobe, also wir könnten hier eine Stunde darüber sprechen, aber man kann ja so eine ganz grobe Timeline aufziehen. Kendrick Lamar hat ja auch mal was mit Drake gemacht vor zehn Jahren, kurz bevor Good Kid Mad City auch rauskam. Ich fand sowieso, dass das aus die Phase war, in der Drake noch halbwegs vernünftige Musik gemacht hat, also so diese ganze Take-Care-Zeit oder so fand ich eigentlich noch ganz gut. Kendrick Lamar hatte das, sage ich mal in Anführungszeichen, nicht nötig, so diesen Abfall. Das war eigentlich immer auf relativ hohem bis schwindelerregend hohem Niveau. Es gab aber dann so leichte Anfälle wie zum Beispiel in dem Track Control, in dem hatte dann Kendrick zum Beispiel so diesen, ich sag mal so, da hat er so ein bisschen den Brust-Raus-Moment gehabt, hat dann irgendwie so gesagt, so hier, ich finde euch alle cool, aber I'm trying to murder you und hat dann irgendwie zehn Elf Rapper aufgezählt, unter anderem aber auch Drake, aber selbst auch so Leute wie Jay Electronica, der mit auf dem Track war. Also das war für mich auch eher so ein, ja, so ein ganz normales, in Anführungszeichen, wie man das dann halt gerne mal so nimmt, bei solchen Typen, ja, so ein Platzhirschverhalten, dass man sagt, guck mal, jetzt bin ich da und ich habe jetzt schon mal mein Selbstbewusstsein mitgebracht, etc. Drake hat das wohl ziemlich getroffen, ich fand das ganz lustig, ich habe mir viele Interviews angeguckt, auch aus der Zeit, in der er dann so darüber gesprochen hat, so, ja, es ist aber, also ganz ehrlich, an diesen Track denkt doch bald keiner mehr und ich beschäftige mich eher so mit dem Thema Longevity, Consistency, ne, das Ding ist, über den Track Control spricht man heute einfach noch, weil das nicht nur, weil das ein ziemlicher Banger ist, sondern weil Kendrick da direkt allen die Show gestohlen hat, so richtig los ging es dann aber mit dem Track First Person Shooter, den halt Drake und Jay Cole zusammen aufgenommen haben, Jay Cole, wenn sicherlich auch die meisten kennen, der ja dann so selber in dem Track gesagt hat, hey, wir sind ja die Top 3, so Big 3, but I feel like Muhammad Ali in dem Fall, dass halt Jay Cole gesagt hat, nee, ich bin eigentlich der Geilste, man muss aber sagen, dass Jay Cole bei aller Qualität trotzdem so ein bisschen abfällt, ich persönlich habe Drake auch ehrlich gesagt nie wirklich als Rapper, also als Rappers Rapper wahrgenommen, deswegen finde ich das teilweise auch so ein bisschen wild, den Vergleich, dann gab es aber die Gegenansage auf dem sehr, sehr geilen Track Like That von Metro Boomin und Future, da hatte Kendrick dann wieder so ein Versword auch gesagt, fuck the big three, it's just big me, das hat sich dann innerhalb von kurzer Zeit so ein bisschen zugespitzt, ich fand das textlich ziemlich geil, weil Drake jemand ist, der immer gerne über Zahlen spricht, ne, und das ganze so Erfolg und Größe muss quantifizierbar sein, also wenn ich die meisten Streams habe, bin ich auch der Beste und da hat Kendrick dann auch so den Vergleich zwischen Prince und Michael Jackson so angestrebt, Michael Jackson hat zwar mehr verkauft, aber Prince ist der größere Künstler oder der angesehenere Künstler und so und diesen Vergleich dazu ziehen fand ich dann eigentlich ganz gut, Jack Cole hat sich auf der Sache relativ schnell wieder rausgezogen, der hatte dann sehr, sehr, sehr furchtbaren Disc-Track irgendwie am Start, hat sich dann zwei Tage später on Stage entschuldigt, was viele ihm übel genommen haben, ehrlich gesagt finde ich gut, dass er das gemacht hat, weil man muss sagen, er hätte sowas von verloren und die Hucke voll bekommen, wenn man so möchte und dann, wie gesagt, wurde es immer, immer schneller, es gab Push-Ups von Drake, furchtbar uninspirierter, so 2000er Rap-Beat, ganz furchtbar, was ich auch richtig peinlich fand, dass das Drake Kendrick attackiert hat, in dem Sinne, du hast kleine Füße, du brauchst kleine Schuhe, so näher, so what the fuck, fällt dir wirklich nichts Besseres ein, dann kam ja später sogar noch irgendwie ein Typ, glaube ich, der Kendrick Lamar oder der Kendrick Lamar irgendwie so eingekleidet hat, gesagt so, nein, 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 der hat seine Schuhgröße, die ist viel größer, der hat mindestens das und das und das, ich so, worüber reden wir hier eigentlich gerade, so dieses Thema, so ne, du bist 50 Jahre alt oder so, was ist das für ein Diss, so ne, du hast kleine Füße, so ja, what the fuck, was hat das mit irgendwas zu tun? Ich denke mal, wir werden wahrscheinlich auch noch so eine gewisse Grundsatzdiskussion haben, wer Drake ist und wer Kendrick ist als Künstler und, ja, also, man muss das Battle, glaube ich, gar nicht verfolgt haben, um erahnen zu können, wer dieses Battle gewonnen hat. Ja, auch kurze Zeit danach gab es Taylor Made Freestyle, den Drake dann auch löschen musste, da hat er dann ja mit AI quasi die Stimmen von unter anderem Tupac ja auch verstehen lassen und wer Kendrick Lamars Musik so ein bisschen kennt, weiß ja auch, welche Bedeutung Tupac für ihn hat. Er hat ihn ja selber quasi posthum auf, auf einem Album gehabt und, ähm, hat dann auch so einen Quatsch erzählt und hat dann quasi Tupac, also in Tupacs Stimme sagen lassen, ähm, dass, äh, also an Kendrick Lamar gerichtet, ja, sag doch mal, dass Drake auf junge Mädchen steht und so weiter. Also es ist nicht so, als hätte Kendrick Lamar damit angefangen, sondern Drake hat das quasi wie in so einer ganz abstrusen Flucht nach vorne selber schon gedroppt, was total merkwürdig ist, gerade mit so einem Vorwurf. Und dann kam, finde ich, so der erste Knockdown, der da war, Euphoria und, äh, da sind wir mittlerweile, glaube ich, echt schon so ein bisschen im Hass angekommen. Also das Ding geht ja auch, glaube ich, über sechs Minuten und worüber man so sprechen kann, ist das, was, das, was Kendrick an Drake richtet. Und das sind ja so Dinge wie so Black Culture, Vulture wurde das ja so ein bisschen genannt, dass er quasi, als würde er fast schon so Cultural Appropriation betreiben, innerhalb der schwarzen Musik. Also er spricht ihm ja auch seine Blackness ab und sagt dann quasi so, ja, du benutzt ja eigentlich nur deine Hautfarbe, um dich zu bereichern und gehst in die ganzen Szenen, gehst in die ganzen Städte und machst dir das zu eigen und versuchst damit Geld zu machen, aber du bist das nicht. Und er sagt ja sogar, Kendrick Lamar würde es nicht ertragen, wenn Drake das N-Wort benutzt zum Beispiel. Und er greift ihn quasi im Kern als Künstler und als Mensch an. Mir wurde das da schon langsam zu viel, muss ich gestehen, aber künstlerisch fand ich das immer noch gut. Gerade wenn, wenn Kendrick dann auch so Dinge sagt, so, yeah, if you're taking it there, I'm taking it further, that's something you don't wanna do. Quasi so mal als letzte Warnung nochmal. Und danach bringt er direkt nochmal einen Track raus. Das wurde dann gekontert durch den, finde ich, besten Drake-Track dieser ganzen Runde. Das war Family Matters. Inhaltlich ist er total bescheuert, aber ich fand Drake auf dem Track ziemlich gut. Ich finde den Flow super, ich finde den Beat großartig. Ich finde das Video, ehrlich gesagt, auch ganz geil. Da verbrennt er ja irgendwie die Karre, die dann auf dem Good Kid-Plattencover irgendwie zu sehen ist. Nichtsdestotrotz ist es halt lyrisch total merkwürdig, weil er jetzt selber versucht, Kendrick so ein bisschen seinen Schwarzsein abzusprechen, versucht ihm so einen Retterkomplex anzudichten, in dem er dadurch aber entlarvt, dass er überhaupt keine Ahnung hat, worüber Kendrick Lamar eigentlich die letzten zehn Jahre so gerappt hat. Er rappt selber über Dinge, die Kendrick zugegeben hat, wie zum Beispiel, dass er seine Verlobte betrogen hat. Das sind ja alles Dinge, die er auf Mr. Moral ja auch zugegeben hat. Und dann kommen wir so langsam ins Endgame, möchte ich mal sagen. Meet the Greyhams, was ich konzeptionell komplett Banane und genial zugleich finde. Der kam, glaube ich, irgendwie nur eine Stunde oder so nach, Family Matters raus und da adressiert Kendrick Lamar ja quasi die gesamte Grahams Familie, also wirklich sein uneheliches Kind. Er adressiert die Mutter, den Vater und Drake selbst und es wird wirklich immer härter und härter und härter und versucht, diesen Menschen eigentlich so komplett zu entkehren von der Kultur. Und als wäre das nicht genug, kommt halt irgendwie direkt danach Not Like Us. Und ich glaube, das ist dafür, dass das so ein One-Shot oder so One-Off-Track ist, wie auch immer man das bezeichnen möchte, war das dann plötzlich einer der größten Banger des Jahres, oder? Also einer der größten Tracks, der dann auch plötzlich in jedem Club irgendwie lief. Ich glaube, der hat auch fast eine Milliarde Streams auf Spotify mittlerweile, oder? Also das ist ja ein richtiger Sommerhit quasi geworden. Also, ja, also ich meine, du hast es ja auch schon jetzt gesagt, es ist halt irgendwie teilweise dann auch richtig unangenehm geworden und ich bin da auch irgendwie so zwiegespalten, weil ich fand es auf der einen Seite mega peinlich, wie das teilweise von außen besprochen wurde, von wegen, also gerade von Weißen, irgendwie von wegen, wie peinlich das doch wäre, dass der Pulitzer-Preisträger und so hochgelobte Künstler Kendrick Lamar jetzt ein Battle hat, wo ich so, also das fand ich peinlich von außen in der Betrachtung dieses Battles, weil Battle Rap gehört halt zu Rap. Also das hat ja auch eine Berechtigung, die, also Battle Rap ist ja nicht vom Himmel gefallen, weil alle jetzt irgendwie das toll fanden, sich zu beleidigen, sondern es hat ja eine konkrete Funktion, dass man sich lieber mit Worten beleidigt, als sich halt konkret Gewalt anzutun. Also das hat ja auch eine Relevanz, die da glaube ich dann irgendwie verkannt wurde, dass das einfach ein wichtiger Baustein von Hip-Hop-Historie ist. Auf der anderen Seite finde ich dann als Hörerin ist trotzdem unangenehm, wenn es so extrem ins Persönliche geht und es ist ja auch unmöglich, das Gegenteil zu beweisen. Also wenn jetzt gesagt wird, der eine ist pädophil oder der andere schlägt seine Frau oder was auch immer, dann hast du ja auch keine Möglichkeit, das zu beweisen, dass es nicht so ist. Also wie denn? Und da sind dann so, ist dann so eine Ebene gewesen, wo ich dann einfach irgendwie mich ehrlich gesagt ein bisschen ausgeklingt habe, weil ich dann schon irgendwie so mir gedacht habe, also vielleicht zum Hintergrund, ich habe früher selber sehr viel deutschen Battle Rap verfolgt, da gibt es ja etliche Formate, zum Beispiel jetzt auch immer noch Don't Let The Label Label You oder auch Rapper Mittwoch eine Zeit lang. Ich habe das sehr viel konsumiert und irgendwann habe ich gemerkt, dass mir das eigentlich gar nicht so gut getan hat und es gibt die Rapperin Suki und die hat mal was gesagt, was dann irgendwie in mir auch so ein bisschen resoniert hat, weil sie meinte, da ging es eigentlich um Sexismus und Homophobie im Rap und sie meinte, die Welt ist schon schlecht, also warum müssen wir uns zusätzlich noch über diese Texte dann quasi runtermachen oder noch mehr irgendwie draufhauen, wenn die Welt und das Leben sowieso schon auf uns draufhaut, warum können wir uns nicht was Gutes tun quasi in dieser Community, das ist ja auch Hip-Hop, zusammenhalten und sich bestärken und irgendwie diesen gemeinsamen Nenner haben und das ist dann vielleicht so ein bisschen Hippie-Shit, aber irgendwie komme ich bei diesen Battles einfach irgendwann doch immer an diesen Punkt, dass ich so denke, irgendwie ist das auch so ein bisschen, ja, also es zieht mich halt irgendwie auch runter einfach dann und dann, ja, das war dann der Punkt, wo ich das dann irgendwie künstlerisch dann wertig fand, zumindest von Kendricks Seite, aber wo ich es dann einfach nicht mehr genießen konnte, das zu verfolgen, auch wenn natürlich die Dynamik, die da drin war, einfach mal objektiv betrachtet irgendwie beeindruckend war, wie schnell dann da irgendwie die Schüsse quasi gefallen sind. Ja, das ist, ich sehe das ähnlich wie du, ich finde so im Bestfall ist so Beef, also so ein sehr so kreatives Spiel mit den Muskeln oder so, ne, einfach, dass man auch sagt, so hier Skill und Talent steht im Fokus, jetzt haben wir es mit zwei Personen zu tun, die vielleicht der eine mehr als der andere, dass sie auch wirklich können und ich finde auch, dass Kendrick Lamar, der so zu Recht vieler Ort so als Sieger deklariert wurde, nicht nur, weil Not Like Us ja wirklich dann auch so dieser krasse Schlusspunkt gewesen ist, aber ich finde auch so dieses sich daran wirklich ergötzen, so dieses öffentliche Abfeiern, dieses Niedermachens anderer Personen, finde ich halt teilweise super strange, wenngleich ich bei Drake schon manchmal das Gefühl habe, es trifft auf eine Art den richtigen, bitte nicht falsch verstehen, aber ich finde trotzdem die Art und Weise halt super strange, vielleicht möchte ich mir aber auch dann in mancher Hinsicht kein Urteil erlauben, gerade was so sehr explizite Vorwürfe von Kendrick Lamar und Drake angeht, die dann halt wirklich so dieses Ausnutzen der Black Culture angeht oder so weiter, das möchte ich mir gar nicht anmaßen, das zu beurteilen, viel schwieriger wird es dann natürlich, wenn wir wirklich in so drastische Pädophilie-Vorwürfe oder so weiter reingehen oder wirklich die eigene Frau zu schlagen etc. Das sind all diese Sachen, aber ich finde es da manchmal weird, wenn man so einen Schritt zurück macht und dann sieht man so diese wirklich Abermillionenschweren Männer dabei, wie sie da so fast im Wahn die Existenz des Gegenübers so zerstören wollen. Nichtsdestotrotz finde ich es gerade in Not Like Us, ich glaube so die meist gequotete Line, um hier mal ganz furchtbar Englisch zu sprechen, war dieses Jahr wahrscheinlich trying to strike a chord and it's probably a minor, was natürlich auch einfach ein sauguter Satz ist in dem Sinne. Das hat sich ja auf jeden Fall ins Hirn gebrannt, aber naja. Aber genau das ist zum Beispiel auch mein Problem mit sowas, weißt du, weil angenommen das stimmt, angenommen Drake ist wirklich übergriffig gegenüber Minderjährigen gewesen und umgekehrt angenommen, Kendrick Lamar hat seine Frau geschlagen, dann ist das reales Leid, was da im Prinzip einfach nur für einen Pun benutzt wird. Weil das hat ja keine weitere Konsequenz, oder? Also wenn jetzt Kendrick sagt, okay, der ist pädophil, okay, dann steht das jetzt im Raum. Vielleicht gut, dass es thematisiert wird, wenn es wirklich stimmt, vielleicht kommt was ins Rollen. Aber das ist ja nicht die Intention, warum es gesagt wird. Die Intention ist ja, ich mach dich jetzt fertig. Das heißt, das ist eigentlich nur ein Werkzeug dafür, um den anderen fertig zu machen. Und ich finde, wenn das wirklich stimmen sollte, für die Opfer auch richtiger Schlag ins Gesicht eigentlich, dass dann ihr Leid halt quasi dann nur so als Werkzeug eigentlich in so einem Song benutzt wird. Und damit ist das Thema danach auch schon wieder irrelevant. Und das, ja, also ich habe total Respekt vor den Texten, die Kendrick da rausgehauen hat. Und ich finde das technisch auch krass. Aber irgendwie, das ist dann für mich im ersten Moment auch, dass ich so denke, okay, krasse Line, aber irgendwie hat das dann halt noch so ein Geschmäckle, finde ich. Ja, kann ich total nachvollziehen. Die Frage ist ja auch, wie geht es dann weiter? Also hier in dem Fall ja erstmal nicht mehr, weil ich glaube, das letzte Wort hatte ja im Prinzip Drake mit einem sehr schwachen Track, in dem er eigentlich nur in der Defensive war und nichts Neues mehr zu sagen hatte. Das können wir auch ignorieren. Die Frage ist dann, wie geht es dann weiter? Und was würde uns der nächste große Beef überhaupt bringen? Also in welche Richtung geht es? Oft gibt es ja auch so diese Vorwürfe, das wird jetzt aus Promozwecken gemacht und eigentlich haben sich ja alle lieb und das verkauft sich gut. In dem Fall habe ich das Gefühl gar nicht, ehrlich gesagt. Also wirklich überhaupt nicht. Aber ja, was kommt denn jetzt danach? Ja, ich glaube, wahrscheinlich weißt du so, wie es jetzt in diesem Battle auch war, dass halt einfach die Möglichkeiten, die die digitale Welt jetzt so bietet, genutzt wurden, vielleicht zu früheren Sachen, wo das dann irgendwie ewig gedauert hat, bis dann irgendwie der eine auf den anderen reagiert hat mit einem Song, weil es einfach alles länger gedauert hat, wird wahrscheinlich sowas einfach noch viel stärker eingearbeitet. Also jetzt hat man es vielleicht an der Release-Schnelligkeit gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann einfach auch das ganze Konzept Song vielleicht übersteigt. Also dass es dann gar nicht mehr irgendwie so songbasiert ist, sondern halt viel mehr in andere Medienformen übergeht, die dann vielleicht mit Musik noch was zu tun haben, aber vielleicht nicht mehr auf einem Songformat stattfinden. Also so Insta-Real, weißt du? Oder irgendwie Livestream irgendwo, TikTok. Das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen, zumindest bei jüngeren Rappern, weil das ist ja hier auch noch der Witz. Das sind ja jetzt auch beide nicht irgendwie die Anfang-20-Jährigen, die ja irgendwie gerade so durchstarten oder so. Das ist ja auch eigentlich, ja, also ich meine, klar, die sind ja auch ganz oben. Also dann müssen sie natürlich auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, aber das ist ja jetzt auch nicht hier die Vorfront einer neuen Generation, die irgendwie ganz neue Elemente gerade reinbringt oder so. Das wäre ja vielleicht dann das, was kommen könnte, wenn sich da mal zwei betteln, die dann aber schon so eine gewisse Popularität haben, dass es dann auch im Mainstream ankommt. Das könnte sicherlich spannend sein, wenn man es dann objektiv betrachtet. Das übrigens, liebe ZuhörerInnen, war jetzt das längste Intro, was wir jemals für diesen Podcast hatten. Ich glaube, knapp eine halbe Stunde, bis ich euch endlich mal hier begrüßen darf. Der Cold Opener wurde dann doch ein bisschen länger als gedacht. Herzlich willkommen übrigens zu Track 17, der Musik-Podcast mit Melanie Löper. Und Christopher Honold. Ich ziehe das jetzt durch. Das hier ist Teil 1 unseres Jahresrückblicks. Und wir haben uns ja gedacht, das haben wir aber allerdings auch in der letzten Folge, glaube ich, schon angekündigt, dass wir in diesem Jahr zwei Jahresrückblicke machen. Und zwar einen, in dem wir nochmal so ein bisschen offener über zwei, drei, vier Themen des jetzt ablaufenden Jahres sprechen, die so passiert sind, wie zum Beispiel der große Beef zwischen Kendrick und Drake. Und dann in der zweiten Jahresabschlussfolge, die dann in zwei Wochen am Freitag, den 13.12. kommt, dann werden wir wieder die besten Platten des Jahres küren. Und in der Zwischenzeit werdet ihr dann auch unsere Listen zu den besten Platten und Songs des Jahres vorfinden. Aber das werdet ihr sicherlich herausgefunden haben, weil der Podcast einen Titel hat, weil er Shownotes hat, weil er eine Caption hat. Das würdet ihr alles schon wissen. Aber irgendwie dachte ich, fangen wir doch einfach mal an. Dann haben wir plötzlich nicht mehr aufgehört. Und jetzt haben wir das erste Thema schon erledigt. Ist doch ganz gut. Check. Genau. Das war jetzt so ein bisschen ein deprimierendes Thema. Und da habe ich mir gedacht, bleiben wir doch mal bei deprimierenden Themen und sprechen mal über etwas, was uns ja nicht erst in diesem Jahr so ein bisschen aufgefallen ist, sondern glaube ich jetzt einfach Jahr für Jahr schlimmer wird. Nämlich, dass die kleinen Clubs immer größere Probleme haben, dass die ganze Konzertindustrie immer größere Probleme hat und dass so diese Schere zwischen Reich und Arm, zwischen Groß und Klein, die in der Musik ja sowieso immer krasser zu werden scheint, dass der Mainstream immer mainstreamiger wird und die Nische immer nischiger bleiben muss, dass sich das natürlich auch im Thema Nachtleben wiederfindet. Und wir sind da so ein bisschen von einem Scheideweg, habe ich das Gefühl, es kommen halt verschiedene Themen zusammen. Wie gesagt, diese großen Tourneen über gigantische Konzerte, dabei eben immer mehr Probleme für die Kleinen, für kleinere Clubs. Und wir sind natürlich kein Berlin-Podcast, aber der Blick in die Hauptstadt oder allgemein in größere Städte wie auch Hamburg lohnt natürlich. Zum Beispiel hat das Online-Magazin DJ Lab geschrieben, dass zum Beispiel fürs nächste Jahr die Berliner Koalition bekannt gegeben hat, dass der Kulturetat einfach mal um 130 Millionen Euro gesenkt wird. Also das sind knapp 12 Prozent. Und das betrifft dann natürlich die gesamte Sparte an öffentlicher Kultur. Gleichzeitig haben wir dann eben auch noch diese Probleme in den Clubs, die wir, wir können natürlich sowieso nicht behaupten, dass die Pandemie vorbei ist. Aber ich glaube, es gibt halt einfach Bereiche in unserem Leben, in denen merken wir das stärker noch als in anderen. So dieser ganze Rattenschwanz nach Corona, dass man dann eben gesagt hat, okay, viele Leute sind dann aus der Branche geflohen, um sich neue Jobs zu suchen. Es kommt keiner nach. Und dann gleichzeitig wird alles wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig teuer, nicht nur aufgrund der gestiegenen Energiekosten, sondern weil dann das Ganze auch auf die zahlende Kundschaft oder auf die Konzertgänger und Gängerin ja quasi weitergegeben wird. Die Getränke werden immer teurer. Die Leute haben dann plötzlich irgendwie ein anderes Programm, sich für den Abend zu überlegen etc. etc. Also da kommt einfach so viel zusammen. Und ich habe in diesem Jahr noch nie so oft von schließenden Clubs oder Läden gehört wie in diesem Jahr. Wie geht es dir da? Ja, also kann ich alles unterschreiben. Und ich frage mich halt auch immer so ein bisschen, woran das jetzt liegt, ob das zusammenhängt, auch mit Corona. Ich meine, die finanziellen Auswirkungen hast du ja schon benannt. Ich habe aber auch manchmal das Gefühl, aber da würde mich auch mal interessieren, wie du das siehst, als ob sich die Leute auch so ein bisschen entwöhnt hätten. Also durch diese Zeit, wo das einfach nicht ging. Und ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie lange das ehrlich gesagt war, aber schon so anderthalb, zwei Jahre, oder? Also wo jetzt nicht so richtig Regelbetrieb war. Genau. Als ob sie irgendwie in der Zeit dann auch so ein bisschen sich einfach damit zurechtgefunden hätten. Und als es dann wieder ging, auch wenn genau die Pandemie natürlich nicht vorbei ist, aber natürlich ist es jetzt wieder möglich, einfach feiern zu gehen oder auf ein Konzert zu gehen, das dann irgendwie gar nicht mehr so dann diese große Erleichterung bei vielen war, die dann sagen, okay, endlich wieder. Sondern dass man vielleicht so ein bisschen weiter macht in diesem Modus, den man in Corona sich halt eben angewöhnt hat. Also das geht mir zumindest in meinem Umfeld gefühlt so. Aber ja, es kommen natürlich sicherlich sehr viele Faktoren zusammen. Jetzt gerade auch bei den größeren Standorten, auch dann die Kundschaft von außerhalb. Das ist dann sicherlich weniger relevant, wenn wir über kleinere Städte reden, wo dann Clubs auf- oder zumachen. Aber in den großen Städten ist ja dann auch irgendwie der Andrang von außen nicht so ganz zu vernachlässigen. Und ja, ich bin natürlich jetzt selber gerade nicht in der Phase meines Lebens, wo ich jetzt den Zeigefinger erheben kann, weil ich gehe selber auch nicht in Clubs momentan, weil das einfach, ja, ist einfach momentan nicht so weit oben auf meiner Prio-Liste und auch nicht so leicht machbar. Aber diese Zeit wird wieder kommen in nicht so ferner Zukunft. Und ich bin gespannt, wie sich das dann für mich anfühlt und was dann für eine Atmosphäre auch herrscht. Also wie viel Freude noch dabei ist und wie viel Publikum noch dabei ist. Weil in der Zeit, wo ich in Clubs unterwegs war, und das ist ja auch nicht so lange her, war das irgendwie immer so das Highlight der Woche. Und das ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen verloren gegangen irgendwie bei vielen, nicht allen natürlich. Ich habe das in den letzten Monaten auch noch mal sehr stark bemerkt. Immer wenn ich auf einem kleineren Konzert war oder in kleineren Schuppen rumhing, wie toll das ist, dass die existieren. Und wenn man sich da mal überlegt, was kostet das eigentlich, das am Laufen zu halten? Was muss man dafür auch an Energie, Schweiß und Leidenschaft und ja Selbstausbeutung investieren, damit das alles funktioniert? Weil das ist ja alles, das befeuert sich ja gegenseitig. Also du hast Corona natürlich angesprochen. Vielleicht ist das dann auch so ein allgemeines, mangelndes Interesse an Musik und Kultur, weil natürlich die Ablenkung viel größer sind. Wir haben jetzt viel mehr, was wir stattdessen machen können, als sogar auch noch vor zehn Jahren oder so. Wir müssen ja nirgendwo mehr hingehen, um irgendwas zu tun, was Spaß macht, theoretisch. Dann natürlich, dass es wurde so grob geschätzt, es gibt keine ganz zuverlässigen Zahlen, dass knapp ein Drittel der Clubs in den letzten Jahren hier in Deutschland zugemacht hat, insgesamt. Und das noch weit, weit weniger als früher dann auch nachkommen. Also jetzt nochmal neu eins zu eröffnen, mit wem denn auch? Also weil die, wie gesagt, die Leute sind ja nicht mehr da. Leute, die sich um Veranstaltungen kümmern, werden immer weniger oder werden dann eben eingespannt von den ganz großen Tourneen oder Konzerten etc. Gleichzeitig merken wir es dann ja auch, dass selbst so was wie das, hättest du mir das gesagt vor einem Jahr, dass das Meldfestival nicht mehr existiert jetzt. Ich hätte dir das nicht geglaubt, weil ich hätte nicht gedacht, dass es selbst da so krass wird, dass natürlich dann wir dann aber auch, ich meine, überleg mal, wir leben dann wirklich in einer Welt, in der die Festivals, die noch stattfinden, sind dann die ganzen Rock am Ringen, Hurricanes mit den immer gleichen Lineups, wo du dann auch feststellst, okay, es spielen wirklich so viele identische Leute, weil dann natürlich auch gleichzeitig das weiter nach unten gegeben wird. Es gibt dann natürlich auch irgendwann weniger Plätze oder Venues, wo dann eben kleine, neuere KünstlerInnen oder Bands sich ausprobieren und spielen können. Es gibt dann immer weniger Proberäume etc. etc. Das heißt, wenn du es noch weiter denkst, klafft da dann irgendwann auch eine Lücke, weil dann einfach so dieses organische Wachstum von neuen MusikerInnen oder Bands gar nicht stattfinden kann, weil es die Orte gar nicht gibt, wo diese Musikkultur stattfinden kann. Das heißt, dieser ganze mittlere Bereich bricht dann auch weg und irgendwann spielst du halt dann wirklich nur in der Kneipe nebenan oder halt im Olympiastadion oder so. Und dann hast du ganz viele, ganz viele andere Geschichten, ob es jetzt eben die steigende Miete ist, Themen wie Gentrifizierung, wie gesagt, schon dieses Ausgehverhalten und so weiter und so fort. Das connectet sich alles und dann hast du gleichzeitig ja auch, ich meine, anderthalb oder zwei Jahre wirkt vielleicht nicht wie viel, aber nichtsdestotrotz ist das ja, wenn du jetzt mal überlegst, wenn du jetzt in dem Zeitraum 17, 18, 19 Jahre alt bist und vielleicht deine ersten Erfahrungen im Nachtleben machst, in der Clubkultur machst oder auf Konzerten machst und das wegbricht und du das gar nicht so richtig lernst oder zu schätzen weißt oder das gar nicht so richtig brauchst, ja, vielleicht wird dann fast schon so eine Generation geskippt oder so und dann fehlt nochmal wieder viel mehr und das ist ja auch irgendwie so krass, wenn man überlegt, also ich beneide niemanden, der jetzt wirklich in dem Alter gewesen ist und deswegen gibt es ja auch sowas wie diesen Kulturpass, das gibt es ja glaube ich deutschlandweit oder so, wenn du 18 bist, dass du dann für mehrere hundert Euro umsonst halt solche Dinge wahrnehmen kannst, wie ja auch Kino, die ja auch so ein Problem haben, was ich eigentlich eine total gute Idee finde, aber das sind ja dann so Leute, die kennen das ja dann irgendwie auch gar nicht anders. Ja, ich glaube, da kommen halt einfach wirklich auch so viele Sachen zusammen, also wenn die dann in Corona quasi ins Erwachsenenleben geschubst werden und dann anfangen, sei es jetzt eine Lehre oder ein Studium oder was ganz anderes, das hat mir damals schon extrem leid getan, wenn man dann irgendwie im ersten Semester hängt und alles hat zu und du kannst nicht mehr in die Uni gehen, nichts, keine kennenlernen, Abende mit den Kommilitonen oder so, aber dann eben auch obendrauf dann diese globalen Krisen, wo du dann vielleicht auch dann das Gefühl hast, da fehlt auch vielleicht die Energie irgendwie, die mentale, sich dann auch so rauszubewegen öfter und auch sowas wie Algorithmen. Also ich frage mich nämlich manchmal auch, wenn du jetzt ansprichst, so dass man dann auf ein kleines Konzert geht und neue KünstlerInnen kennenlernt und so, ob in der Generation danach, und das meine ich jetzt nicht so pessimistisch, aus der 30er-Generation gesprochen, wie das vielleicht klingt, aber ob da eigentlich aktuell überhaupt diese intrinsische Neugier da ist, so kleine KünstlerInnen kennenzulernen, die vielleicht nicht auf Spotify sind oder so oder die mir auch noch nicht vorgeschlagen wurden von Spotify, die ich vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, auf einem Flyer gesehen habe oder so, ob das eigentlich da ist, das Interesse gerade. Ich habe nämlich das Gefühl, irgendwie nicht, aber ich bin natürlich auch jetzt selber nicht mehr 19, deswegen möchte ich mir das auch nicht anmaßen, da jetzt irgendwie davon 15 Jahre weiter im Alter da irgendwie was herunter zu motzen, aber ja, ich glaube, da kommt echt eine Menge zusammen und ich kann es irgendwie auch verstehen. Also jetzt aus Corona rauskommend, mit Krieg hier, Krieg da, alles ist furchtbar teuer und alles ist einfach ermüdend, dann kriegst du vielleicht auch mit, die Clubs machen zu und wenn du es dann nie so kennengelernt hast, was ist dann der große Pull-Faktor dahin? Ja, und gleichzeitig hast du dann, ja, so diese großen Highlight-Events, wenn die Leute dann mal sagen, so Musik oder so Konzerte, das ist nicht mehr Teil meines Lebens, aber ich mache das mal einmal im Jahr, fahre irgendwo hin für 300 Euro oder ey, diese komische kleine Band, wie hieß die noch, Oasis oder so, ist wieder da, lass uns doch mal für tausend, also für manche Leute ist das ja direkt so ein tausend-Euro-Ding, weil die dann da hin müssen, das Konzertticket und bla, bla, bla. Also weißt du, dass so ein Konzertbesuch nicht was ist, was man abends halt mal macht, sondern man ist, das ist dann schon eine große Reise oder so ein riesen Event und da reden wir dann auch manchmal immer über die gleichen KünstlerInnen, wie zum Beispiel in diesem Jahr bei der Eras-Tour eine Taylor Swift, die ja dann wirklich ja über Wochen und Monate ja diesen Diskurs quasi bestimmt hat und wo dann irgendwie jeder und sein Vater und seine Mutter versucht hat, irgendwie an Karten zu kriegen. Ich habe das ja selber in meinem Umfeld mitbekommen, auch im beruflichen Umfeld, wo es hieß so, ja, für meine Tochter, aber ich will ja eigentlich auch und so, dass das dann was ist, dass man dann irgendwie wieder was sucht, worauf man sich so einigen kann, weil vielleicht die Motivation, wie du sagst, für das eigene, eigentliche Interesse gar nicht da ist. Jetzt möchte ich das den Leuten nicht absprechen, die Taylor Swift wirklich mögen, ich bin mir sicher, da gibt es sehr, sehr viele von und ich freue mich auch für jeden und jede, aber trotzdem konzentriert sich das, obwohl die Auswahl eigentlich immer größer werden sollte, konzentriert sich das immer eher auf einige wenige und dann hatten wir in diesem Jahr halt eben sowas wie die große Eras-Tour. Ja, aber es ist halt auch etwas, ich glaube, es geht da auch viel um so, ich war dabei und ich kann das zeigen, weißt du, also wie gesagt, wie du schon meintest, es gibt bestimmt super viele, die Taylor Swift toll finden und da möchte ich auch überhaupt nichts gegen sagen, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, da waren auch Leute in meinem Umfeld hinter Tickets her, wo ich jetzt nicht so mitbekommen hätte, dass die so riesige Taylor Swift-Fans sind, aber die Insta-Stories waren dann voll davon, wenn dann das Konzert lief und ich habe wirklich, ohne dass ich mich für diese Frau irgendwie interessiere, eigentlich einen Live-Ticker gehabt über diese gesamte Europatour, wo diese Dame jetzt gerade auftritt, weil es einfach alle sozialen Medien und ich meine jetzt nicht nur den gesamten Feed, ich meine halt auch wirklich konkret meine Bubble bestimmt hat, dass sie jetzt heute ist, sie in Gelsenkirchen und dann nochmal und dann ist sie in Hamburg oder was auch immer, dann ist sie in Wien oder auch nicht und das fand ich wirklich faszinierend und ich glaube, das ist halt auch etwas, was dann irgendwie so ein Phänomen unserer Zeit ist, weil natürlich war das immer so, dass man halt irgendwie vielleicht auch zu Konzerten mal gegangen ist, also vielleicht nicht du oder ich, aber andere, die dann das auch gemacht haben, um danach sagen zu können, ja, ich war da, aber es gab ja nie diesen Live-Aspekt der quasi Selbstdarstellung von wegen ich vor Taylor Swift hier dritte Reihe, guck mal, ich glaube, das spielt da halt auch rein und das kannst du halt nicht so gut machen, wenn du dann eben im Club um die Ecke bist und da tritt dann der Assistent im Leipziger Keller Club auf. Ja, ich habe auch meine Storys gemacht, also ich bin auf jeden Fall schuldig, was das angeht, also ich erzähle da gerne von, wo ich bin, also ich, ja, schuldig im Sinne der Anklage. Ich finde das auch, ich finde das auch voll okay, gerade bei kleineren KünstlerInnen, weil das ja auch wirklich ein riesiger Promo-Hebel ist im positiven Sinne. Also ich habe zum Beispiel in Wien war ich viel auf so Hardcore-Punk-Konzerten und da gibt es auf Instagram wirklich eine Bubble, die wirklich jedes Konzert quasi dokumentiert, wo man ist und wo man auch immer up-to-date ist, wer spielt jetzt gerade wo, weil das eben so kleine Bands sind, da ist halt irgendwie das Publikum so groß wie die Band teilweise. Und da finde ich das auch super, super cool, wenn man das dann in Social Media irgendwie zeigt, dass man da ist. Aber jetzt bei dieser Error-Store ging es mir eigentlich mehr um Leute, weißt du, die haben sonst mit Musik eigentlich jetzt nicht so am Hut, außer dass sie halt Musik irgendwie hören im Radio oder sich eine CD mal kaufen oder halt auch nicht. Aber nicht in dem Sinne, dass sie sich jetzt irgendwie aktiv da irgendwie hinsetzen und nach neuer Musik suchen, was auch völlig in Ordnung ist. Aber bei dieser, bei diesen, Touren, das ist halt, die Frage ist halt irgendwie, finde ich, wo kippt das eigentlich dieser, dieser Pegel von Musik schon hin Richtung eher Event? Also, weißt du, ein Konzert ist ja immer auch ein Event, aber wo kommt dann der Punkt, wo das Eventartige wichtiger ist, als die Musik, die da gespielt wird? Weil ich glaube, wenn Taylor Swift, die ja nun eigentlich auch uramerikanische Musik erstmal gespielt hat mit Country und dann immer weiter sich so in den Pop bewegt hat, wenn die jetzt komplett auf Country setzen würde und zwar im ultraklassischen Sinne, dann würden die da trotzdem alle hingehen. Obwohl Country hierzulande jetzt wahrscheinlich nicht so der Superbringer ist für die meisten. Meinst du nicht? Ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube schon, ich glaube schon, dass auch, dass da durchaus eine gewisse kritische Distanz möglich ist und dass es nicht egal ist, was da letzten Endes auf der Bühne passiert. Aber trotzdem stimme ich dir auf jeden Fall zu, was dann diesen Eventcharakter angeht, weil ich glaube, das sehen wir halt auch in so Dingen wie dem Kino. Also, dass es jetzt darum geht, was denken sich Kinos aus, um relevant zu bleiben. Ja, sie haben jetzt so Recliner-Seeds, sie haben noch größere Leinwände, Lautsprecher, rüttelnde Sitze, es müssen die größten 500-Millionen-Dollar-Blockbuster in 3D mit Edge-Curve, 360-Grad-Sonst-was-Bildschirm da laufen, damit das Ganze zu einem Event wird und nicht zu einem, ja, heute gehe ich mal ins Kino. Sondern, dass halt die Gründe dann immer größer werden müssen, um so dieses Gummiband, was dann immer so nach Hause auf das heimische Sofa zieht, damit das nicht so stark ist. Und ich glaube, damit haben all diese, ja, haben all diese Dinge zu kämpfen, die halt so ein bisschen, ja, nach Kultur riechen oder klingen oder so. Mich würde mal interessieren, wie das Ganze im Bereich der Museen zum Beispiel aussieht. Da habe ich gar keine Ahnung von. Also, ob die Leute jetzt auch gar nicht mehr ins Museum stolzieren oder wie das ist. Also, ich kann mir vorstellen, dass Dinge wie Theater vielleicht sowieso eher eine ältere Zielgruppe haben, wenngleich ich auch ganz gerne ins Theater gehe. dass sich das da vielleicht noch nicht so krass zeigt, aber vielleicht eher bei Dingen, die normalerweise eher jüngere Generationen gemacht haben, dass dieser Shift halt gerade so krass ist. Und dass dann diese ganz teuren Event-Konzerte dann natürlich auch eher von Leuten gemacht werden, die sich das leisten können oder die vielleicht nicht mehr so diesen, ja, diesen Hunger nach neuer Musik haben oder so. Ja, schwierig, ja. Ja, da wird es sicherlich Unterschiede geben. Also, von Branche zu Branche oder Art der Unterhaltung, die man eben auswärts dann, ja, konsumieren kann, muss man ja sagen. Wollen wir über das nächste total schöne, positive Thema reden? Man sollte meinen, diese Musik ja war eine absolute Katastrophe, aber wir reden ja in zwei Wochen über die besten Platten des Jahres. Ich würde gerne mit dir einmal kurz über diesen ganzen sehr ausladenden Fall P. Didi sprechen. Ich glaube, den sollten wir alle kennen, den kennen vermutlich vor allem Leute unserer Generation, vielleicht, also Ältere sowieso, Jüngere eventuell noch, Rapper, Produzent, weiß ich nicht, was, was, wie will man ihn sonst noch bezeichnen? Entrepreneur. Ja, natürlich, das, genau das auch. Auf jeden Fall Business Boy und ziemliches Arschloch, wie sich herausstellt. Aktuell sitzt er in Untersuchungshaft, soweit ich weiß, wird ja im Mai offiziell sein, sein, sein Verfahren beginnen. Ja, kannst du, kannst du, kannst du uns mal so ein bisschen ins Boot holen? Warum haben wir in diesem Jahr so viel über ihn gesprochen oder sprechen müssen? Ja, wir haben, wir haben so viel über ihn sprechen müssen, weil, seine Ex Cassie, die vielleicht auch dem einen oder der anderen ein Begriff ist, im Prinzip Klage eingereicht hat, was dann innerhalb von, ich glaube, 24 Stunden, aber gesettelt wurde, also es kam dann nicht zum Prozess und es ging eben konkret um Abuse sexueller Natur, aber auch körperlicher Natur, die Details weiß ich gar nicht, ob die überhaupt jemals dann, also die konkreten Details, ob die dann so ganz genau rauskamen, es wurde dann auch noch mal so hier und da, was vom Anwalt, glaube ich, verlautet von ihr, was darunter zu verstehen ist, genau, aber das wurde im Prinzip nach 24 Stunden beigelegt, hatte aber dann so einen gewissen Effekt, in der Form, kam das dann über die nächsten Monate und das hat sich dann eigentlich über das ganze Jahr gezogen, also ausgehend vom letzten Herbst, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, kamen dann eben immer weitere Klagen oder auch einfach, ja, Wortmeldungen, sage ich mal, von Männern, Frauen, Leuten, die zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Tat minderjährig waren, Leute, die erwachsen waren, die ihm eben im Prinzip Misskonduct vorgeworfen haben, also Übergriffigkeit, Missbrauch, es geht um Menschenhandel, würde man es auf Deutsch wahrscheinlich am ehesten beschreiben, es geht um Vergewaltigung, es geht um ja, Drogenmissbrauch, Nötigung, also eigentlich das ganze Repertoire und am Anfang, und das finde ich dann auch immer so, also ich meine, natürlich brauchen wir nicht darüber reden, dass das eh alles ganz grauenhaft ist, aber am Anfang hat er dann auch noch so viel Energie reingesteckt, sich dann irgendwie über, ich glaube, Instagram dann zu melden und zu sagen, dass das ja überhaupt nicht stimmt und gar keine Substanz hat, wo ich denke dann, also wenn es so offensichtlich ist, weil dann irgendwann auch noch ein Video herausgekommen ist, wo man sehr eindeutig sieht, wie er Cassie dadurch so ein Hotelflur prügelt, muss man sagen, dann halte ich doch vielleicht einfach bedeckt. das hat er nämlich dann auch sofort anerkannt, als das Video rauskam, hat er gesagt, ja, war ganz schlimm für mich und tut mir leid und ich war in Therapie und was man halt dann immer so sagt. Nachdem er das Video für 50.000 Dollar dem Hotel abgekauft hat, nachdem das auf keinen Fall irgendwie, ja. Genau. Und ja, im Prinzip mündete das dann eben darin, dass er eben jetzt in Untersuchungshaft sitzt und sich ja verschiedenste Anklagepunkte dann eben stellen muss ab Mai und ich glaube, 15 Jahre bis lebenslänglich steht er jetzt im Raum, wenn er verurteilt werden sollte und ich finde das Ganze, ja, also ich finde das einfach schon wieder so unglaublich deprimierend, weil, also ich habe mit Didi überhaupt nichts musikalisch am Hut, halt nur über die ganzen Künstler, die er quasi hochgebracht hat oder begleitet hat, also wie Notorious B.I.G. zum Beispiel, das ist dann was, wo es für mich wehtut, aber Didi selber habe ich eigentlich nicht gehört, aber was mich daran so deprimiert ist, und ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, dass ich irgendwie das Gefühl habe, und das ist natürlich Quatsch, aber dass man nichts mehr hören kann, irgendwie am Ende kommt so gefühlt bei jedem irgendein Mist raus, wo man denkt, okay, den kann ich jetzt auch wieder von meiner Playlist kicken, das, ja, es sind einfach so viele Anschuldigungen, plus im Fall von Didi sind zwar keine weiteren Namen jetzt immer bekannt, aber es steht ja schon auch im Raum, dass da so eine Bubble an Prominenten einfach auf Sexpartys beteiligt war, wo Prostituierte zugegen waren und dann eben Minderjährige oder auch Erwachsene, die da nicht sein wollten, das ist dann auch immer, minderjährig klingt ja dann immer extra schlimm und ist es sicherlich auch, aber auch wenn da alle erwachsen gewesen wären und unter Drogen gesetzt werden, um an irgendwelchen Sexpartys teilzunehmen, ist das auch grauenhaft, auch wenn da keine Minderjährigen gewesen wären, also das ist so oder so furchtbar und es deprimiert mich einfach ganz arg. Ich glaube ein Grund, warum wir auch so viel darüber gesprochen haben, ist, weil das hier wirklich nicht nur ein Fall von vielen ist, die es ja leider gibt, sondern weil diese Ausmaße ja so gigantisch sind. Also man muss sagen, er wird sich jetzt, es gibt ja zum einen, man muss ja unterscheiden, diese strafrechtliche Klage, also der Staatsanwalt, Staatsanwaltschaft in New York, deswegen wurden ja auch seine Anwesen da durchsucht von den Bundesagenten und so weiter, wurde am Privatflughafen festgehalten, diese ganzen Datenträger wurden konfisziert, auf denen ja diese ganzen Videos waren, das wurde ja auch irgendwie oft gefilmt, wie auch immer und dann gibt es ja noch ganz viele Zivilklagen und das sind ja irgendwie mindestens 120 gerade, in denen es dann ja auch um Vergewaltigungen geht, die dieses gefügig machen über Drogen, sexuelle Nötigung, Körperverletzung, auch Misshandlung und 25 davon war mein letzter Stand, sind minderjährig, unter anderem wird ein junger Mann vertreten, der zum Zeitpunkt der Tat neun Jahre alt gewesen sein soll und das zeigt schon die Ausmaße, man muss ja auch, wenn man da mal so ein bisschen überlegt, also bei manchen deuten sich ja Dinge an, also dass Akeli zum Beispiel ja auch damals, mit irgendwie der 14- oder 15-Jährigen Aliyah verheiratet war, was ja super creepy war und dass P. Didi hatte ja so die Vormundschaft für Asher, den 14-jährigen Asher, der dann ein Jahr bei ihm gewohnt hat, die Mutter hat ihm den halt so gegeben und gesagt, ja, ja, mach mal eine Platte mit dem, Justin Bieber, der da ja dann mit 50, es gibt ja dieses eine Video, was du vielleicht gesehen hast, wo dann Justin Bieber da war und dann hieß es so, ja, wir verbringen jetzt die 48 Stunden zusammen, wir dürfen ja nicht so wirklich darüber reden, aber das wird ziemlich wild und später war Justin Bieber ja dann ziemlich abgefuckt und wollte auch mit ihm nichts mehr zu tun haben und man kann ja nur mutmaßen, was dann passiert ist und so weiter. Das soll dir ja auch nicht in Spekulationen ausarten, aber es gibt halt einfach so viele Themen, die dazukommen und du hast diese ganzen Promis erwähnt, das ist ja glaube ich auch noch so ein Ding, dass da wieder alles ein- und ausgegangen ist, was ja so anfing als diese White Partys, alle tragen dann weiß und dann ging es dann so über in diese Freak-Offs, wie es dann da ja immer genannt wurde, wo dann eben ausschweifend gefeiert wurde, aber eigentlich ja nur, sag ich mal, fast im Foyer, alles darüber hinaus war ja dann schon wirklich furchtbar und viele dieser Anklagen beziehen sich ja auch darauf, dass eben Menschen vergewaltigt wurden, dass sie halt dann eben durch Roofies so gefügig gemacht wurden oder dass halt zum Beispiel diese ganzen, dass Ecstasy in dem Saft war im Kühlschrank und nicht in dem Champagner oder so, das gezeigt wurde hier, alleine wenn du das schon tun musst, wenn du eine Flasche Champagner vor den Frauen einschüttest, um zu zeigen, ja, ja, hier ist nichts, nur um dann halt den Ecstasy-Gespiked-Saft aus dem Kühlschrank zu holen und so weiter und so fort. Also das hört ja nirgendwo auf, dann ging es ja auch darum, dass er jetzt nicht auf Kaution erstmal raus darf, weil er eine Gefahr ist, weil er auch viel mit Morddrohungen hantiert. Es gibt ja nicht umsonst die Gerüchte, dass er ja auch damals an Tupaks Schuld, an Tod schuld gewesen ist, letzten Endes. Gleichzeitig war es dann ja so, dass Kid Cudi, der Rapper, dessen Auto ist ja explodiert, nachdem Didi ihm mal davor gewarnt hat, pass auf, wenn du weitermachst, dann werde ich dich in die Luft jagen und so, das ist ja wirklich passiert und das sind dann solche Dinge, wo man dann eben sagt, so okay, der sollte vielleicht besser nicht rauskommen, seine ganzen, du hast ja angesprochen, wie er sich da geäußert hat, da waren ja auch viele Drogen dabei, ich kriege schon mit, wer sich äußert und wer nicht und dass da eben eine relativ große Gefahr ausgeht und so, das ist alles so abgefuckt und das ist wirklich furchtbar und dieses Video aus dem Hotel, das habe ich auch gesehen und ich fand das, ich fand das so schlimm, das zu sehen und da kommst du dann, aus der Nummer kommst du dann letzten Endes auch nicht mehr raus und ich meine, was sagt das dann am Ende aus, weil du kannst mir nicht erzählen, dass kein Mensch gar keine Ahnung am Ende davon hatte und ich wusste, was da passiert und wie es passiert und manche dann wieder sagen so, ja, ist doch nicht so schlimm und bla bla bla. Ich glaube, wenn dann solche Menschen oder ich, wir bleiben mal bei Männer, weil es sind eigentlich immer Männer, sich dann irgendwie so eine Aura des Unbesiegbaren aufbauen und dieses, ich kann mir alles erlauben, etc., etc., dann, ja, kommt am Ende, kommt dann am Ende eben so ein Mensch heraus, der glaubt, er hat sich so eine Panzerung angeschafft und kann machen, was er will, kann sich überall rauskaufen. Ich meine, Cassie hat das Ganze irgendwie wie eine Dekade in Anführungszeichen mit sich machen lassen. Das ist eigentlich eine schlechte Formulierung dafür, weil sie halt einfach Angst hatte und ich wusste, wo sie hingehen soll, weil halt eh alle nur ihm glauben und jetzt hängen wir in dieser Suppe fest und dann denkst du dir ja, wer ist denn jetzt der Nächste, der da rauskommt und du hast gesagt, du konntest musikalisch nicht viel damit anfangen. Ich muss sagen, I'll Be Missing You war mein absoluter Lieblingssong, als ich acht Jahre alt war oder so. Ich habe den total geliebt. Ich fand auch Come With Me super auf dem Godzilla-Soundtrack und dann fand ich irgendwie ein, zwei Jahre später Satisfy You gut und jetzt habe ich mir überlegt, so Moment mal, das ist ja ein Song von Puff Daddy und R. Kelly. Also das ist ja wirklich so der, der, nee, fuck you, nee, lass mal lieber Song schlechthin, den ich jetzt dann selbstverständlich auch nicht mehr höre oder so, aber ja, keine Ahnung, was da kommt, aber das ist auf jeden Fall ja ein Thema, was sich die letzten Monate so richtig krass durchgezogen hat und wir werden das im nächsten Jahr dann, also spätestens in einem halben Jahr, dann ja eh weiterverfolgen, wenn dann die, ja, wenn dann das Verfahren losgeht. Und was ich da halt auch unbedingt mal sagen möchte, ist, dass natürlich ist, ne, im Zweifel für den Angeklagten und so weiter und so fort, er ist ja noch nicht verurteilt, aber selbst wenn er da mit einem Freispruch rausgeht, finde ich, muss es das für ihn gewesen sein, musikalisch, weil, ne, es gibt, es gibt ja auch einfach Bereiche, es gibt Dinge, die sind vielleicht nicht illegal oder die sind verjährt und sie sind trotzdem nicht gut oder moralisch vertretbar und ich finde, das darf man bei diesem Thema oft nicht vergessen. Also zum Beispiel dieses Video von 2016 ist das, glaube ich, mit Cassie im Hotel, da konnte man eben gar keine Anklage mehr machen, weil es halt verjährt wäre, wenn es sich so zugetragen hat, wie es sich auf diesem Video darstellt. Aber das heißt dann ja nicht, dass man nur, weil er freigesprochen würde, als Privatperson nicht sagen könnte, okay, aber ich will mir das halt einfach trotzdem nicht mehr reinfahren. so ähnlich betrifft jetzt uns vielleicht nicht so arg musikalisch, aber ähnlich bei Rammstein. Letztes Jahr war das schon, oder? Wo man auch sagen kann, also ich meine das jetzt nicht im Selbstjustiz-Sinne oder so, wenn die Leute freigesprochen werden, dann sind die freigesprochen und dann ist das juristisch damit erledigt. Aber ich könnte mir das dann trotzdem nicht mehr anhören, wenn da einfach so eine Masse an Dingen hochkommt, wo die Leute, die das hochbringen, auch überhaupt keinen Vorteil von haben, weil das ja dann auch immer, also auch von Didi jetzt gesagt wurde, von wegen, das sagen die jetzt alle, weil die irgendwie damit Geld verdienen wollen oder so. Aber was haben denn die Leute davon, die anonym eine Anklage erheben? Und selbst die, die es nicht anonym tun, was sollen die daran verdienen? Das ist mir noch nie über den Weg gelaufen, dass da jetzt irgendeine Person die Anklage erhoben hätte gegen irgendeinen Mann jetzt irgendwie mega der Star und überhaupt so reich geworden wäre davon. Also ja, selbst wenn das also juristisch im Nirvana verlaufen würde, weil man es irgendwie nicht beweisen könnte, was ich mir in dem Fall wirklich nicht vorstellen kann, als Laie jetzt gesprochen, finde ich, gibt es trotzdem einfach da so viele Hinweise auf Dinge, die ich moralisch so grauenhaft finde, dass ich diese Musik einfach nicht mehr genießen könnte. Findest du, dass die Cover-Designer des Albums Bread von Charlie XCX, dass man die zur Rechenschaft ziehen müsste? Gerichtlich. Nein. Aber ich finde das Cover nicht gut. Das ist ja kompletter. Aber ich finde, es ist, Sozialstunden gibt es höchstens. Ich finde, es ist eines der besten Artworks des Jahres und ich finde alles daran fantastisch. Fantastisch. Nicht an dem Album, aber das Artwork ist, ich finde, es gibt selten ein Artwork, was so gut zu dem passt, was drauf ist und wofür es steht. Das fängt wirklich bei dieser merkwürdig, ja, so bei diesem merkwürdigen Acid Green an, was so ein bisschen leicht in so eine ravige oder nuller Jahre Indie-Slease-Richtung geht. Dann natürlich dieses lowercase dahin geknüppelte Bread in diesem, ja, verschmierten, pixeligen Look. Ich wüsste wirklich nicht, wie es besser gehen sollte. Also das ist in meiner Meinung nach wirklich große Kunst. Aber das ist ja auch wirklich nur ein Teil dieses Albums, was wir ja hier gar nicht besprochen haben, wenngleich Charli XCX so, glaube ich, so mit die größte Künstlerin des Jahres gewesen ist. Ich meine, die ist ja jetzt auch schon seit weit über zehn Jahren dabei und ich fand, sie war auch vorher schon Mainstream. Also ich finde es merkwürdig zu sagen so, natürlich ist Bread jetzt nochmal der Durchbruch unter den Durchbrüchen, wenn man das so möchte, aber nichtsdestotrotz war sie ja schon seit vielen, vielen Jahren im Millionenbereich, im Streaming und sonst was alles unterwegs. Aber trotzdem war ich zumindest am Anfang ein bisschen überrascht, wie gigantisch dieses Thema, dieses Album war und was dann so dieser Bread Summer war und wie weit das Ganze über das Album hinaus selbst ging, also dieses Thema. Also dass das ja den Bereich Musik ja schon relativ schnell verlassen hat und ich glaube, dass sehr viele Leute entweder das Artwork oder den Begriff nochmal neu kontextualisiert mitbekommen haben, ohne überhaupt die Musik gekannt zu haben. Und das fand ich interessant, weil ich verfolge sie, ohne großer Fan zu sein, aber ich höre mir die Alben an, wenn sie rauskommen und ich fand das Album jetzt gar nicht so toll. Also auch nicht schlecht, einfach nur so ein bisschen egal, ja irgendwie, ich habe das gehört und dann dachte ich, okay, ja, werde ich bestimmt nochmal irgendwann hören, aber mehr auch nicht und deswegen hat mich dieser Hype irgendwie total unvermittelt getroffen. Aber ich weiß nicht, also wie ging es dir? Hattest du das Gefühl, okay, macht total Sinn, weil das Cover ist so genial, natürlich musst du daraus ein Hype werden. Ich glaube auch, dass hier ganz viele Dinge zusammenkommen. Ich glaube, dass da wirklich die richtige Kampagne hinter steckt, dass da doch die richtigen Leute am Werk sind, und dass vielleicht so ein bisschen dieses Thema die Zeit ist reif irgendwie da ist, die Leute, die daran beteiligt sind. Also ich glaube, es kam einfach ganz, 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 ganz viel zusammen und auch wenn das meiner Meinung nach sich eher so im Mittelfeld ihrer Alben befindet, also ich fand ihr 2020er Corona-Album ist, finde ich, weiterhin das Beste, was sie bis jetzt gemacht hat. Das finde ich wirklich, wirklich gut und da sind alle ihre Stärken irgendwie mit drin, dieses ganz Bratzige, Poppige, Hyper-Poppige und auch so ein bisschen von so, ja, so UK-elektronischer Musik Gelernte oder so, was da alles drin ist, das funktioniert für mich herausragend. Ich finde es trotzdem super, dass ausgerechnet eine Platte wie diese, das gibt mir ja so ein bisschen Hoffnung auch, dass halt so was, so einen krassen Mainstream-Erfolg haben kann, weil natürlich sind das alles Banger, Banger, Banger in all capital letters, auch wenn Brad lowercase geschrieben ist, aber nichtsdestotrotz sind das nicht so diese typischen Pop-Housing Radiobrecher, die du da auf dieser Platte hast und ich finde das schon ganz geil, dass so was dann so einen richtigen Nerv getroffen hat gleichzeitig, also bei vielen Leuten ja, also dass das ja wirklich sich so, ich meine, vielleicht hast du auch gesehen, dass hier Kyle MacLachlan hier mit seinen paar 60 Jahren sich auf Instagram als Fan geoutet hat, was ich total geil finde und gleichzeitig ist es natürlich ein, ja, ein riesen TikTok-Thema gewesen und so weiter und so, also das, das umfasst halt so viele Generationen dieses Thema und das finde ich erstmal immer sehr interessant, wenn es dann mit Musik passiert, die vielleicht oberflächlich gar nicht überall diese Anknüpfungspunkte hat. Ja, also ich, ich finde halt, wenn ich jetzt so überlege, wer gerade von den Pop-Künstlerinnen so einen Mega-Hype hat, da finde ich es bei ihr auch noch am besten platziert irgendwie. Also wenn ich jetzt so, mir nämlich eben Taylor Swift anhöre oder auch Billie Eilish zum Beispiel, das ist dann irgendwie immer so, dass ich so ein bisschen denke, okay, okay, einfach okay. Bei Charlie XCX, auch wenn ich das Album jetzt nicht so toll fand, hat das zumindest irgendwie so Wiederhaken und Charakter irgendwie und das ist dann auch okay, dass ich das Album irgendwie jetzt nicht so toll fand. Also für sie als Künstlerin kann ich es voll nachvollziehen, nur den Zeitpunkt fand ich irgendwie ulkig, aber genau da spielt wahrscheinlich das rein, was du auch gesagt hast, dass dann die entsprechende Kampagne auch dann gefahren wird und auch vom Zeitgeist muss es ja passen. Also wenn die ganze Zeit dann eben auch so ein bisschen Billie Eilish da ist vielleicht mal ausgeklammert, aber dann vielleicht eher so dieses ja, ne, nette Bild einer Frau, die sich um sich selbst kümmert und die ganze Zeit an der Selbstoptimierung arbeitet, von wegen ich gehe ins Fitnessstudio und meine Skincare ist so und so und ich trinke nichts und esse auch keinen Zucker und überhaupt ist auch alles in Ordnung, aber das ist natürlich komplett dagegen, die Gegenseite quasi, von wegen hey, weißt du, ich gehe einfach jetzt mal feiern und vielleicht auch mal fünf Tage in Folge und wenn dann am sechsten Tag der Lidschatten nicht mehr so toll aussieht, dann ist auch okay. Ich glaube, das ist auch ein relativ großer Bedarf vielleicht gerade in der öffentlichen Wahrnehmung von Frauen, also das wird sicherlich auch irgendwie ein Faktor gewesen sein, so eine gewisse Müdigkeit dieser Instagram-Perfektion, sage ich mal. Aber ja, trotzdem fand ich es musikalisch ein bisschen überraschend, aber das Drumherum habe ich wahrgenommen, aber ich hatte das Gefühl, es war dann doch und ja genau, das würde mich dann auch mal interessieren, wie du das empfindest, dieser Rückspiegel in die Nullerjahre, der auf diesen Alben dann stattfindet und der generell ja auch popkulturell gerade groß stattfindet, auch in Mode, also wenn man jetzt so schaut, was gerade in Sachen Mode angesagt ist, ist das ja mit sehr großen Herzensaugen in Richtung 2000 bis 2009. ich finde das immer ganz merkwürdiges Gefühl, wenn man dieses Jahrzehnt der Nullerjahre als Jugendliche selber begleitet hat und dann jetzt eigentlich eher so zurückblickt und denkt, oh Gott, wie sah ich aus? Also das sah ja voll Panne aus und gleichzeitig kommt das dann jetzt so hoch und ist wieder total cool, aber irgendwie nicht für mich, sondern für die, also die Jüngeren und dann wird diese Musik jetzt auch schon verarbeitet, das ist für mich irgendwie immer so ein bisschen, ich brauche da noch so eine Minute für diese Verknüpfung, dass das jetzt quasi schon im Recycling sich befindet. Ja, das ist ja jetzt quasi so das erste Jahrzehnt, bei dem das ja so vollumfänglich für uns greift. Also 90er Jahre war ja dann noch halt sehr Kindesalter, das, was man davon so richtig mitbekommen hat, ist halt sehr mit wirklich junger Kindheit und so weiter verknüpft, aber es war ja noch nicht so dieses adoleszierende was dann die 2000er mitgebracht hat und ja, ich finde es auch irgendwie weird, bin auch immer so zwiegespalten, wenn ich dann auch mir diese ganzen ja so Indies, Leastrends und so weiter anschaue und irgendwie gucke, wie das jetzt alles nochmal so verarbeitet wird und wir jetzt so in dieser Nostalgie-Chini sind, ich meine, ich bin ja auch zum 20 Years of Blockparty Konzert geflogen und alles, also so ist es ja nicht, also ich bin da auch empfänglich für, aber ja, ich finde es dann immer lustig, dann selber mal festzustellen, was rückwirkend aus einem Jahrzehnt dann so gemacht wird, weil wir kennen das ja gar nicht von den 80ern zum Beispiel, aber trotzdem fand ich halt als als Kind oder junger Teenager fand ich ja die 80er zumindest popkulturell interessant, aber ich habe mir natürlich so eine, ich habe eine sehr verzerrte Wahrnehmung davon, weil ich halt nicht dabei war, genauso ist es, das musste dann wahrscheinlich auf die Generation über mir auch merkwürdig gewirkt haben, genauso wie ich das merkwürdig finde, wenn auf TikTok jetzt Leute den Nuller-Style fahren, aber halt so eine ganz merkwürdige Remix-Version davon und irgendwie Dinge glorifizieren, die halt damals total bescheuert waren, ich glaube, dass es ganz normal ist, aber ich finde es interessant, das jetzt zum ersten Mal auch so richtig zu spüren, weil bei den 90ern, finde ich, kann ich noch selber mitmachen, weil ich da halt einfach ein Kind war, das heißt, ich kann das genauso nostalgisch verklären auf eine Art, weil ich in den 90ern kein Teenager war, sondern erst zehn Jahre später oder einige Jahre später, deswegen, ja, also finde ich das eher interessant als irritierend, aber ja, ich kann mir das Schmunzeln manchmal auch nicht verkneifen, aber muss ich dann irgendwie doch, weil ich will dann, man will ja nicht so enden wie jemand, der dann so sagt, ach, die Kinder von heute, die sollen das alle machen, ja, und weißt du auch, selbst wenn nicht, selbst wenn du jetzt 60 wärst, ich finde das auch einfach ganz schlimm, wenn dann ältere Leute dann so heruntergucken auf die in Anführungszeichen jungen Leute und dann sagen, alles falsch, also, weil es geht mir schon so, dass ich manchmal hier so durch die Stadt gehe und dann kommen mir so 16-Jährige entgegen, die dann eben diesen Nuller-Remix anhaben und ich denke dann, mein Gott, aber das kann man sich ja dann vielleicht auch kurz denken, aber es ist ja gut so, dass sie das so machen, also es soll ja vorangehen und dafür muss geremixt werden und genau so ist es ja auch richtig eigentlich. Melanie, die ganze Welt trägt Adidas Samba gerade, what could be more 2000s than that? Also das ist, finde ich ja, also ich mag den Schuh, aber ich finde, das ist so random, weil es halt irgendein random Hallenfußball oder sonst was Schuh ist, den man halt einfach so anhatte, wenn man gerade nicht wusste, was sonst passt oder so. Ich hatte den auch 2005. Ich auch. Also ich finde das so merkwürdig. Und der ist ja auch so unbequem gewesen mit dieser schnurgeraden Sohle, finde ich. Also ich finde, das ist nicht mal ein guter Schuh, aber der hat natürlich irgendwie, der bringt natürlich viel mit. Ich finde den ganz cool, also in Schwarz finde ich den ganz nice, aber ich, ja, ich finde es halt so random, dass ausgerechnet der Schuh so durch die Decke geht, was für mich dann auch so was Verzerrtes ist, weil der war ja nie klassisch cool, der war halt einfach da. Das war halt so, entweder hast du dann Chucks getragen oder Samba oder sonst was alles. Ja, genau. Das war jetzt halt nichts Besonderes. Da hat keiner was gegen gesagt, aber auch keiner hat gedacht, so mein Gott, bist du cool. Sondern der stand halt überall für 60 Euro rum, was damals noch der Preis für Schuhe war, für neue. Vielleicht haben die das hinter deinem Rücken gesagt und haben gesagt, boah, der Christopher mit den Samba-Schuhen, das sieht so cool aus, wenn ich in 20 Jahren dann im Jahr 2024 die Chance habe, dann hole ich mir die auf. Aber endlich kann ich so sein wie er. Endlich. Genau. Das ist mein Brad Summer. Jetzt geht's endlich los. Ja, ich meine, das Ding, das kann man vielleicht noch erwähnen, wie das ganze Thema dann ja auch so durchgemimt wurde. Ich glaube, dass einfach auch so was wie das Cover hat auch dafür gesorgt, dass sich das jeder natürlich für seine Zwecke umbauen konnte. Das sind alles Dinge, die sicherlich eingeplant waren, die ich aber gar nicht schlimm finde. Ganz im Gegenteil. Es wurde dann natürlich irgendwann ziemlich uncool plötzlich, als es dann anfing, dass dann die Instagram-Accounts irgendwelcher Marken und Brands irgendwie angefangen haben, das umzutexten oder sowas. Also ich meine, und auch beim ersten Mal Brathähnchen habe ich auch noch gelacht. Aber Leute, irgendwann ist es halt auch gut. Oder wenn das dann ganze, wenn das ganze irgendwie politische Ausmaße annimmt, ich glaube, dann spätestens als CharlieXX dann auch irgendwie auch getwittert hat, hier, Camilla ist Brad oder sowas, dann wurde es vielleicht auch langsam ein bisschen merkwürdig. Nichtsdestotrotz sind wir, glaube ich, sowieso in Zeiten, die so extrem schnelllebig sind, dass es irgendwie schon fast eine Auszeichnung ist, wenn es ein Album geschafft hat. Auch wenn wir jetzt fast gar nicht über die Musik gesprochen haben, außer dass wir sagen, es ist nicht unser Lieblingsalbum. Nichtsdestotrotz ist es ja so von Hyperpop und Dancemusik infizierte, ja Pop wirklich in Großbuchstabenmusik, die ja durchaus was hat. Dass aber so eine Platte, so ein Album so bestehen konnte, finde ich, ist irgendwie auch ganz geil, weil das so ein bisschen, ja, so gegen den, gegen den Zeitgeist fast schon spielt, wo wir vorhin darüber gesprochen haben, dass jetzt bei Kendrick und Drake immer so Einzeltracks dominiert haben oder so, dass es hier plötzlich dann doch mal um ein Album ging. Das war, das hat ja auch was. Voll. Vor allem war das nicht auch bei Billie Eilish bei ihrem letzten Album, dass da auch noch so eine Art, ja, so eine, so eine Gebrauchsanleitung mitgeliefert wurde, dass doch die Songs bitte als Gesamtkonzept zu verstehen sind, dass man das hintereinander weghören soll, ja, also da kam quasi noch so ein bisschen so, ne, also Achtung, der Kaffee ist heiß, so mäßig, aus unserer Sicht. Auf, auf den, hier das Programmkino bei uns, das hat hinten auf den Tickets steht drauf, nicht essbar, das finde ich immer schön und ich glaube, dass das ernst gemeint ist. Wo kommt das dann her, ne, das frage ich mich immer. Genau, das ist ja immer das, warum steht das da? Irgendeiner muss das ja mal, naja, egal. Übrigens abschließend würde ich noch sagen, wenn du dich freuen möchtest, kannst du ja mal auf den Musikstreaming-Dienst deiner Wahl gehen und mal auf die Alben von CharlieXX schauen und dem mal anschauen, was aus den Covern geworden ist. Ich hab das schon erschreckend gesehen, ja, weil ich muss dazu sagen, ich mochte ihre letzten Alben-Cover nämlich so gerne, also sowohl von Crash als auch von diesem Corona-Album. Die fand ich so toll und jetzt sind sie alle weg. Die sind sehr cool, ja, das sind sehr, sehr coole Motive, ja, auf jeden Fall, ja, auch Pop 2, finde ich, hat da auch ein sehr cooles, sehr cooles Cover. Aber ja, so ist es halt. So ist es, ne, es geht immer weiter. Es geht immer weiter, zum Beispiel mit unserem zweiten Teil des Jahresrückblicks. Wir hätten natürlich noch über so viele andere Themen sprechen können. Wir wollen uns nächstes Mal dann viel mehr auf die Musik konzentrieren. Wir hören uns am 13. Dezember wieder und da wählen Melanie und ich dann aus 5, 6 Kategorien die jeweils besten Platten des Jahres und bis es soweit ist, habt ihr dann auch schon unsere vollständigen persönlichen Top 50 Listen mit den besten Alben des Jahres vorgefunden. Songs werde ich auch noch dazu packen. Da habt ihr auf jeden Fall noch genug Track 17 für den Rest des Jahres. Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön an Melanie. Ja, danke an dich und danke an euch. Danke, danke und genau, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder zum nächsten Feature. Bis dann, tschüss. Tschüss.